Jau! Ha! Dreifach-Tötung! Nice! Hallo und herzlich willkommen zurück zu League of Legends. Ja, heute ohne den guten Reinhardt. Ich bin alleine mit Cannon in der Mitte. Oh, sorry. Da habe ich ihn jetzt einfach mal so ausgesucht, weil Cannon derzeit Free-to-Play ist und, äh, ja. Ich ihn schon immer mal spielen wollte. Ist also mein erstes Game mit ihm und, äh, ja. Egal, ob ich einen feindlichen Timo Mitte oder einen feindlichen Cannon Mitte. Und ein Nautilus Support, was sehr komisch ist, muss ich sagen. Weil, nun ja, man kann es machen, aber ich finde den Jungle eigentlich wesentlich stärker. Einfach, weil er beim Ganken die nötige CC mitbringt. Aber der Jungle ist natürlich auch keine schlechte Wahl. Ich skill zuerst mein Q. Das, äh, weiß ich noch soweit. Schau mal, was ich hier... Durans Schild. Wer spielt denn den auf Tank? Sorry, aber, äh... Na, ich hole mal hier, das hier und... Energie braucht er ja nicht, deswegen... Äh, Energie. Dingens braucht er ja nicht. Wen haben wir Jungle? Äh, Ramos. Ramos startet bei... Blue Buff. Da helfe ich dann mal mit. Schau mal kurz. Ah, erkenntniska-Fähigkeiten. Sollte standen, oder? Ich bin der Welt. Und dann die Q. Das ist der Wurfstern. Die W ist eine elektrische Welle. Ulti. 30 Sekunden bis zum erscheinen der Versammlung. Ein blitzartiger Ansturm ist das Wegrennen von dem. Und elektrische Blitzwelle. Weiß ich nicht, was das ist. Hm. Warum macht denn der Red zuerst? Das ist der Dämlich? Bot Lane, helft mal. Affen kriegen nix mit. Ich hab mich grad gewundert, warum macht denn... ...ein Ramos Red zuerst? Ich geh mal hier covern. Wir haben die in den Jungle. Ach ja, Truntl, stimmt. Hat der Mana? Ja, der wird beim Blue starten. Das ist natürlich extrem... Ach, ich glaube, ich weiß, warum er eine Red first macht. Okay, gut. Weil Truntl halt relativ schnell, ähm... ...ist im Jungle. Und der dann wahrscheinlich sehr früh invaden könnte hier. Einfach nur noch zusätzliche Vorsichtsmaßnahme. Eins. Warum stopp? Macht der jetzt extra mit Smite? Nee. Affe. Ja doch, hab ein Kenmittel. Nice. So. Ich push mal ein bisschen direkt. Mal anfangen. Ach, schade. Oh. Oh, schade. Was skaliert denn hier AP, AP, AP. Alles auf AP. Okay, warum... Warum sollte man den dann auf AD spielen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil dann seine... ...Dings hier mehr machen. Oh. Habt ihr den Dings gesehen? Ich geh mal hier... Oh Gott, bin ich grad schlecht. Oh. Was für Last Hits. Alter. Nee, 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 nee. Meine Maus wieder... Ach, komm. Oh, ist das lächerlich. Ist das... Ich hab vier Last Hits. Der Feindliche hat sechs, ey. Normalerweise hätte ich hundertmal haben müssen. Na gut, nicht ganz hundert, aber trotzdem wesentlich mehr als jetzt. So. Schau mal kurz, was die Blitzwelle macht. Ich kann diesen Zauber im Moment nicht anwenden, oder wie? Muss ich dafür eh aktivieren? Na, den ein Last hat er nicht bekommen. Ah, doch. Das ist das, okay. Wollte es nur immer ausprobieren. Das ist eigentlich scheiße, dass ich hier so pushe. Ich skill-wahl, denke ich, meine Q first. Dankeschön, Vogel, ey. Affe. Was macht denn der da? Warum lässt denn der sich so stark harassen von mir? Ist der blöd, oder so? Lol. Lol. Ha, ha. Schade jetzt nicht mehr bekommen. Weil, weiß ich jetzt gerade nicht warum. Ah, weil er geflasht ist. Stimmt, genau. So, ich musste das jetzt nochmal so über die Situation in meinem Kopf abspielen. Ging jetzt gerade etwas schnell. Warum habe ich den jetzt jetzt keinem Schaden gemacht? First-Time-Camping wiederhole ich nur. Ich weiß, ich bin richtig schlecht, wenn man den eigentlich auf der Top spielt. So kenne ich es zumindest. Ist richtig abartig, kennen auf der Top-Lane. Einfach, weil man den sauscheiße ganken kann. Vor allen Dingen auf dieser Krumm-Lane. Oh Gott. Oh Mann. Jetzt verkacke ich hier wieder alles. Und vielleicht kriege ich den hier unter 2000 HP. Ne, da riskiere ich jetzt mal nix. Obwohl. Ein scheiß Auto-Attack. Zwei. Okay. Dankeschön, Cannon. Huiuiui. Ich habe übrigens noch keinen einzigen Heal-Pod geschluckt. Will ich nur mal anmerken, so. So. Dabei mag ich mir, no Matches eigentlich so an sich gar nicht, so. Ey, jetzt hol ihn dir da doch. Oh Gott. Unnötig Minion-Damage kassiert. Alter, jetzt hört doch mal auf, mich anzugreifen. Scheiß Minions hier. Boah. Den hat er gut getroffen, hier. Aber Cannon verbraucht relativ wenig Energie. Wo war das? Okay, da hinten. Gott, und ich verkacke hier gerade wieder sämtliche Last Hits. Oh, habt ihr den gesehen? Wie unnötig verkackt der jetzt einfach war. Ich schucke jetzt einfach mal einen Heal-Pod. Wäre er schon seinen, wievielten? Keine Ahnung. Ich kann ihn nicht so genau lesen gerade, weil ich meinen Brille nicht aufhabe. Oh Gott. Bin ich schlecht. Ich habe Ulti. Nice. Ich weiß, was meine Ulti macht. Schon mal vorteilhaft. Na, den wollte ich haben. Ich nehme mir jetzt einfach mal hier einen Klingel. Nice. Oh, unser Team geht ab. Nur doof, dass Ramos einmal gestorben ist. Und ja, ein stiller Tod, genau. Komm, 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 komm. Lass es. Ach, mein Kind. Lol. Der Ken ist, äh, der hat zwei Stacks auf mir, okay. Jetzt hätte er das geschafft. Oh nein. Oh, scheiße. Ulf, alter. Ja, super. Ja, super, danke für den Gank Mitte. Ja, was hatten wir denn für einen, jetzt bellt draußen und ich kriege zu viel. Und dann noch, jetzt habe ich kein Geld mehr für Durans Klinge. Oh, scheiße. Ich wollte mir eigentlich ein bisschen noch eine Durans Klinge holen. Na, aber okay, gut. Verkackt. Verkackt. Ramos, was machst du da, du stirbst? Ist das ein Noob gewesen? Was war das denn jetzt für Noob? Was war das denn jetzt? Und ich habe verkackt, mir eine Durans Klinge zu kaufen, nicht Noob. Das war schlecht. Durans Klinge will ich haben. Aber die Aktion von ihm da jetzt war auch relativ gut, muss ich sagen. Dass er mich da direkt gestunt hat mit seiner Ulti und ja, war ganz nice. Muss ich gleich auch mal machen. So ein scheiß Engage da. Was? Was? Warum habe ich den jetzt nicht bekommen hier? Ich habe doch draufgeklickt, Mensch. So. Ja, deine Mutter... Vorhin hatte ich nur einen Pantheon, der leckt. Alle lecken sie heute. Liegt wohl am warmen Wetter. 46 zu 43. Oh, hält vom Farm her gut mitstecken. So. 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 Ähm. Was mache ich denn mal? Mach ich weh? Ja komm, mach ich weh. Mach ich da noch mehr Schaden. Schade, dass ich vorher nicht den Kill bekommen habe, sonst wäre das einfacher jetzt hier auf dem Midlane gewesen. Mhm. Aber gut. Nice. Danke, dass du reingerannt bist, Ken. Oh Gott. Tschüss. Tja, da hast du wohl deinen Berg hier nicht getroffen. Dein Eisberg. Right. Was weiß ich, wie das heißt. Warte, das ist jetzt blöd. Aber wenigstens 2 zu 1 Trade. Das ist mir in Ruhe. Nice. Hat kein Escape mehr. Ich jetzt aber auch nicht kurz. So. Einmal hier dann noch. So, dolle. Einmal schön den Shuriken da in die Phrase werfen. Hauptsache, der ist jetzt erst Level 8 geworden. Wo ich gleich schon Level 9 bin. Obwohl ich einen Tod habe, habe ich... ...resentlich mehr EP als der. Oh Gott. Ja, nice. Oh, meiner. Dankeschön. Ich konzentriere mich mit ihm mir gerade richtig stark aufs Farm. Dabei, der Erfangliche kennt mir aber auch gut mit. So, muss ich sagen. Der will den jetzt nicht ehrlich von hinten diven, oder... ...wo ich keine Energie habe, oder kaum... Oh, was war das denn jetzt? Oh, scheiße. Ja. Es ist scheiße zu ganken hier ohne Taunt. Ah, wie geil. Er rennt hinten rum weg. So, einmal hier. Dumm, dumm. So, schön. Was macht er denn hier? Uh, oh. Dankeschön. Okay, jetzt aber hier. Jetzt mal meine Ulti-Combo. Ficken. Nein, er stirbt nicht. Der Affe, lasst mich in Ruhe. Nein. Schade, es wäre ein Safe-Kill gewesen, hätte der getroffen. Ah, scheiße. War blöd jetzt von mir, da meine Ulti zu wasten. Aber er ist auch gut, dass er nicht zurückgeht. Oh, shitter. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Lass mich. Oh, danke, Leona, danke. Thanks. Oh. Wenigstens hat sie sich für mich geopfert. War nicht ganz umsonst der Tod hier. Von ihr. Für den Midlander-Golf-Fat. Sieht man selten, muss ich sagen. Dass sich da einer wirklich so reinstürzt. Und was macht der Rammus da? Leckt der so hart, oder? Lol. Lol. Hat der den Rammus da gesehen? Oh, scheiße. Och, komm. Oh, es hat jetzt scheiße gelaufen. Ähm, gut. Sehr scheiße jetzt. 0,2. Ich hole mir mal ihn hier. Wegen Magier-Resist. Und ich habe schon wieder kein Geld für Durans-Klinge, ey. Dann spare ich jetzt eben auf ein Langschwert. So, mehr will ich jetzt nicht haben. So. Das sollte zumindest ausreichen. Der Hauptsache, der Rammus hat nur einen getötet. Der Rammus geht ab, im Gegensatz zu mir. Leona beschützt den Cockmoth. Grabbar jetzt über die Wand. Nice. Schade. Ah, das war Käse jetzt. Aber in der Zeit kann ich ein bisschen Midlane pushen. Na, scheiße, Ash. Was macht die Ash hier mit, ey? Und der Trundle. Warum geht jetzt immer eine Mitte? Lass mich doch mal pushen, Affen. So, dann lasse ich mal hier Minions pushen. Komm, den Ding ins Hab da aber. Nice. Doppeltötung. Ein Verbündeter wurde getötet. Oh, da oben setzt sich der Renekton aber gut durch. Meiner. Alter, wie gut erkennen vom Farm her einfach mal Metal. Nice. Einfach mal fett gedivet, so. Äh, scheiße. Oh, gee, der Slow von dem war gut, grad. Gleichgewicht in allen Dingen. So. Sollten aber nicht zu stark engagen. Auch wenn der, oh, der ist gut down gegangen. Ja, jetzt hier unten beim Cockmoth krieg ich natürlich kaum, vor allem da kann mich der Ken gut einholen. Aber okay. Ja, ja, ja. Was macht er da? Warum zur Hölle engaged der am Tower? Wie bad es das jetzt einfach mal war. Ach, schade. Ich dachte, hier ist er. Komm, hast du Leona. Habt ihr den Flash gesehen hier? Oh, scheiße. Hab ich ihn? Hab ich ihn? Ja. Haha. Blutrausch beendet. Nice. Hahaha. Er hat mich getötet. Ah, schade. Er hat mich getötet. Nice. Ähm. Machen wir nochmal Magie durchdringen, weil so wie ich das sehe, wenn ich hier mit der Kuh gut poken will, muss ich immer hier auf Dingens gehen. Aber was kann ich mir dann hier raus nochmal bauen? Ähm, vielleicht ein, ein Hextränker. Genau. Dann krieg ich noch weniger Schaden durch mein Kennen da in der Mitte. Oh, 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 das wird gefährlich da auf der Bot-Land. Ein Verbündeter wurde getötet. Ja, der ist ja zu, zu greedy. Zu fucking greedy war er da. Da hätte er einfach wegrennen sollen. Okay, jetzt farm ich aber mal wieder. Der Dingens hat 83, ich hab 86. Oh, nice. Nix bekommen hier. Jetzt mach ich hier immer mal Mitte Tower. Kennen ist nämlich top. Okay. Okay. So, Tower gekriegt hier. Wenigstens etwas. Ist der Timo da noch bei viel Leben? Ich weiß es nicht. Ich geh da jetzt aber erstmal nicht hin. Oh, Kennen ist nicht da. Ich schau mal, ob ich den Timo vielleicht überraschen kann. Obwohl, der wird hier natürlich überall seine Pilze stehen haben. Warum sagt er jetzt, er kommt? Hä? Wozu war das jetzt vonnöten? So, kurz top entgegenbrücken. So. Ich weiß, da ich First Time spiele, weiß ich auch nicht so genau, auf welche Items ich mit ihm hier gehe. So. Okay, das war jetzt blöd hier. Hi Team, Retard, Me Team. Mhm. Jo. Sehe ich genauso, Ramos. Ja, ja, ja. So, dann, der Timo. Oh, der hat jetzt auf jeden Fall noch einen dritten Tod und ich hab einen zweiten Kill. Nice. Weißt du, wenn ich jetzt sterbe, feed ich. Wenn man dann mehr Geld für mich bekommt, wegen Blutrausch und so. Der Renekton sollte den aber locker kriegen hier. Nice. Und nix kriege ich hier. Nix kriege ich hier. Uh. Uh. Die Ulti war so scheiße gesetzt. Jetzt chase den doch noch nicht so lang hier. Ja, nice. Nice. Man. Es geht ab. Es geht ab. Uh. Uh. Ich werd besser. Jetzt nicht so wirklich gut, aber trotzdem. Meiner. Ne, hier oben, da, der Timo. Geh jetzt trotzdem mal wieder zurück. Ach nee, ich hab noch nicht genug Geld für Hextränker. Ich folg den hier einfach mal. Und, äh, schau mal, ob ich irgendwie in den Blue hab ich sogar noch. Okay, dann mach ich mal hier Golems. Kennen Jungle, wär bestimmt auch mal noch was. So, nole. Warum passt denn keiner auf den Timo top auf da? Hallo, Leute. Timo verteilt da schön genüsslich seine Pilzchen und macht jetzt den Tower kaputt. Schroom, da ist ein Mushroom, du Vogel. Jetzt gleich. Ach nee, doch nicht. Ja, ich seh den wohl. Oh, was? Wie hat er mich da getroffen hier? Ne, da, sorry. Da helfe ich ihm jetzt nicht mehr. Kann auch von mir aus drauf gehen, wenn er da so greedy ist. Obwohl, war doch noch ganz gut. Kennen, 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 kennen. Scheiße, scheiße, scheiße. Jetzt bin ich aber hier raus. Ficken. Hat er jetzt Blade of the Runed King? Ne. Wollte schon sagen. Jetzt gehe ich aber mal, ähm, nicht weiter auf Hex Tränker, sondern hier Sonjas Hourglass fällt mir dabei gerade ein. Ein bisschen Seekers. Was? In 101 kriegt er den nicht? Wie schlecht. Sondern auf Sonjas Hourglass, damit ich mit meiner Ulti reingehen kann. Towerdiven, wenn möglich. Und dann sogar hier, bam. Und so. Ist aber schon... Alter, jetzt holt er mich vom Farm auch noch auf, der Affe. Und bam. So, dalle. Bisschen unharassen da, mit euren Dingen mal. So. Ah, ist der noch bekommen? Okay, da kommt ein... Äh, ich wollte gerade sagen, guck mal auf, aber das ist ein Ramos, der da kommt. Oh, oh, oh. Der Kennen da. Und der Ramos. Mörder, dieser. Ach, komm. Ehrlich jetzt. Wie sie mir auf den Sack gehen hier. Doppeltötung. Drei-Fach-Tötung. Jau. Ha. Drei-Fach-Tötung. Nice. Bäm. Geht doch. Und jetzt Flamed decken. Jetzt Flamed decken. Hast du gesehen, wie ich denn Dingens outplayed hab? Hast du das gesehen? Ich geh mal hier auf... Ha, schade. Schlund von Marmorias wollte ich weiterhin gehen, weil ich dann, ja, relativ viel AD noch hab. So viel AP brauche ich mit dem jetzt nicht. Hier, meine Q drückt so schon genug. Meine Ulti auch. Hier, das geht... Boah, das drückt alles, oh, Damage hier. Supergeiler Schar. Renekon geht topclean. Das ist ganz nett. Da, in der Mitte haben wir einen geilen Timo. Krieg ich den getauntet. Ja, den hat der doch wohl. Solange der tankt, kann ich hier auch noch schön... Ne, oh na, lass das mal, bitte. Was macht ihr da? What the fuck hier? Nice. Oh man, ey. Heißt du, jetzt wird der schlecht. Am Anfang hat er mich ein bisschen aus... Aus dem Konzept gebracht, weil ich halt nicht weiß, wie man kennt ein Spiel. Jetzt wird er halbwegs schlecht. Und sofort ist er am Flamen. Wie, wieso? Wieso? Kann mir das mal einer bitte erklären? Warum soll... Warum flamet er jetzt da bitte? Das hat gar keinen Grund, ey. Was er da jetzt flamet hier? Soll er sich einfach nicht so anstellen? Ich meine, dann habe ich jetzt halt mal ein Stückchen besser gespielt als er. Ehrlich jetzt. Dann war er halt im Early-Game ganz gut. Aber ich im Late-Game ein Stückchen besser. Weil ich halt jetzt weiß, wie man den Champion spielt. Soll er sich nicht so abkacken? Komm, Rammus. Hast du doch wohl. Weil Ruth weiß jetzt nicht, ob er den so wohl hat. Ich drück dem Timo leicht mehr Schaden. Okay, Trundle, Push, top. Oh Gott. Kog'Mawf. Alter, der drückt aber auch nicht schlecht Schaden hier. Der Kog'Mawf. Boah, guck mal, wie er flamet. Wie er flamet. So, der Affe regt mich auf. Nice. Ähm, hier. Trundle, top. Ähm, ja. Ich gehe jetzt einfach mal weiter auf Schlund von Mamorias. Nice. Ähm, gut. Oh, der, äh, beschützt ihn, beschützt ihn. Komm, den kriegt er doch wohl noch. Okay, haut drauf, haut drauf. Stun, stun. Oh Mann. Is for real? Oh Gott, oh Gott. Ich dachte, der Ken geht AFK. Ken, Witzball. Er hat ja zwar mehr AP als ich, aber ganz ehrlich, was bringt ihm das? Ich habe ihn bis jetzt im Teamfight immer relativ gut ausschalten können, weil er sich auf andere Ziele außer mich fixiert hat. Oh Gott, tschüss, Trundle. Hahaha, er kann sein Ding hier nicht setzen. Wie geil er ist. Nice. Äh, Drake. Wir machen Drake. Sollten zumindest. Wäre schlau, weil ich werde jetzt definitiv nicht nachschauen. Alleine kann ich nämlich wenig ausrichten. Zudem musste ich noch kurz Mitte pushen. Ah, setzen Ward rein, Leona. Machen sie denn schon? Sie wollen gerade anfangen, die Affen. Okay. Haben wir gut gecleared. Rammus ist top. Das ist doof. Wir haben also kein Tank. Nee, 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 nee. Mach den nicht. Mach den doch nicht, Renekton. Dann kommt Dingens jetzt an und smitet den weg. Nice. Schaut mal. Genau deswegen. Hast du ihn, hast du ihn, hast du ihn, hast du ihn? Nice. Bye, bye. Nice. Ja genau, Rammus. Rammus, hier. Ach nee, der Dingens ist weg, Drake. Stimmt. Schade. Aber gute Aktion. Der Ken hat da seine Ulti sehr früh gezündet. Das habe ich natürlich, äh, leider muss ich mich da jetzt mal loben, selbst erkannt. Müsste auch mal drauf achten. Also wenn der Gegner, wichtiges CC, so wie diesen Dingen hier, den, ähm, die Ulti von Ken, welches sehr, sehr stark im, äh, sehr, sehr stark CC-lastig ist, raushaut, ne? Dann einfach, äh, warten und auf den richtigen Moment. Der Renekton, dass der da jetzt gestorben ist, ist schade, aber vollkommen okay. Okay, jetzt sollten wir auch weggehen. Scheiße. Der Ken hat jetzt 14,7 und ich hab 13,3. Ich würd mal sagen, das ist leicht besser. Bin da noch weggekommen, das ist ganz nice. Gut, und dann hol ich mir jetzt eine Rabalons. Und schwupp, hab ich auch mal über 300 AP. Okay, so. Gut. Da sollte man jetzt, schade, die Ulti von Leona nicht getroffen. Holt sich noch rein, da in den Timo. Die Ulti von Ken raus, nicht getroffen. Ein unnötiger Flash, er stirbt dennoch leider, der arme, der arme, arme, arme. Ah, da hat er hier sein, äh, Sonjas Geschick aktiviert gegen die Ulti von Dingens. Jetzt weiß er aber nicht, dass ich noch dazu komme. Oh, oh. Da soll ich mich dennoch verpissen? Alleine schaff ich das nicht. Was? Äh, Ken Defensive. Ja, für Dings, was ich die ganze Zeit mache, warum bin ich da wohl nicht mehr reingegangen? Ich will meinen Blutrausch jetzt nicht an die Gegner geben. Weißt du, wie viel Geld ich gebe? Na gut, nur 500, aber trotzdem. Vorsicht, Ramos. Oh, wenigstens ein Flash produzieren konnten. Go back einfach. Geh einfach zurück. Sonst so scheiße, ne? Dass er dann wieder unnötig Tower tanken muss. Die Ash da vorhin. Die haben wir zwar geholt, aber trotzdem. Es war unnötig. Er hat, äh, Ken dadurch wieder einen Kill gegeben. Warum geht er da jetzt rein? Warum? Warum? Da sind vier Leute. Jetzt mittlerweile fünf. Warum geht er da rein? Na, Ulti musste ich jetzt machen, damit der Ding in sich verpisst. Er hat zwar die Ash bekommen. Ist meiner Meinung nach, aber ehrlich gesagt, ein kleiner Kauf. Ken. Ja, war, was denn? Warum? Hä? Was sollte das denn? Ehrlich, das war sein Fehler, dass er da jetzt gestorben ist. Er geht gegen fünf Leute rein, obwohl wir nur zu zweit waren. Es war einfach so schlecht grad, die Aktion von dem. So, dass ich sogar mein Ulti raushauen musste hier. Dass ich, weil, ja, dann hab ich lieber gemacht, damit ich jetzt einfach mal nicht sterbe. So, jetzt ziehe ich mich hier zurück. Ne, Trundle geht top, pushen, okay. Ich gehe in, Rammus. Was, two, versus, five. Ehrlich, das war so eine schlechte Aktion von dem Rammus, dass er da einfach reingegangen ist, obwohl es nichts gebracht hat. Er hat zwar die Ash rausholen können, jedoch, ähm, ja, danach ist da noch die Leona rein. Renekton ist, weiß ich gar nicht, wo der gestorben ist. Auf jeden Fall war er auch nicht da. Wir können die zwar im vier gegen fünf besiegen, aber nicht im zwei gegen fünf. Nein, 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 nein. Kein Baron, kein Baron, das wäre extrem schlecht. Was ein Vogel. Oh Gott, oh Gott. Scheiße, scheiße. Jetzt hier weg, weg, weg. Nein, 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 nein. Oh, scheiße, der Ding ist da, ey. Das war scheiße, da. Dass der Nautilus so auf mich geht, das war echt kacke. Aber wenigstens hat der Nautilus das Geld bekommen und nicht irgendjemand anders. Oh Gott, oh Gott, jetzt, oh, jetzt beschwert sich da auch noch einer von wegen Nice KS und so. Also, ehrlich, warum? Es ist scheißegal. Kill ist Kill, Hauptsache für Team. Protect top jetzt und dann Mitte pushen einfach. So, es war, es war jetzt halbwegs gut, aber Problem bei, war jetzt bei mir, dass ich hier, ähm, da so übelst gefokust wurde. Oh mein Gott, ja, ähm. Der Kogmoth hat auch 8 Kills, also der Renekton, der kann das auch gut gebrauchen, damit er wieder tankiger gehen kann. Ich mein, was? Schau mal da. Jetzt hier einen schönen Stunner landen und dann hat er den doch schon. Wenn auch noch der Ramos dazukommt hier. Schön, nice, taunt jetzt bitte. Lol. Oh, oh, die Ash von der Seite da. Die ist jetzt hier rüber, das, äh, handelt auch nicht. Okay, dann lauer ich der jetzt einfach mal auf. Was macht der Ramos da schon wieder? Schade, die hätte ich gerne geäst, einfach nur. Was sollte das jetzt? Warum? Warum diven die da? Ehrlich, warum? Warum? Warum haben die den jetzt gedivet? Was hat denen das gebracht? Einen toten Ken. Nice. Wir haben jetzt unsere beiden Tanks verloren und die haben noch zwei. Wie sollen wir die jetzt down kriegen? Vor allen Dingen, wenn ich hier schon wieder ihn hier sehe. Den Affen da. Nice. Hol den Minion da. Kurz kratzen, so. So, rolle. Also, die beiden machen einfach richtig schlechte Aktionen. Jetzt zurück hier. Ja, Ramos, das entschuldigt trotzdem nicht deine schlechten Aktionen, muss ich leider sagen. Weil die Aktionen von denen sind wirklich extrem schlecht. Ramos ist zwar Tank und alles, aber ehrlich, was, was haben wir das jetzt gebracht? Gut, einer von den beiden hat jetzt den Blutrausch beendet, aber... Hm, die machen auch kein Baron und ich werde dir auch nicht helfen. Nein, nein, einfach nee. Einfach nein. Nein. Ich gehe eiskalt weg. Ich gehe eiskalt weg. Da kommt doch das halbe Team an. Wie dumm ist der Ramos? Ehrlich? Ramos? Wie blöd kann ein Mensch sein? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Oh mein fucking Gott, ey. Oh Gott. Ja, das war Käse jetzt. Okay. Gut. So, komm. Renek und Push. Die haben nur noch Dinge ins Trundle am Leben. Das wäre jetzt nice, dass unsere beiden Carries, also ich und Kok, sich hinter den Gegnern positioniert haben. Und somit die, ähm, anderen gut tanken konnten. Und wir sind dann einfach rein und haben die Down gemacht. Das war extrem gut, muss ich sagen. Diese Aktion hat mir sehr gut gefallen. Ich bin ja dieses Match ein wenig pingelig, was das angeht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mich kriegt er aber nicht. Ich bin dafür ein wenig zu schnell. Und warum hat der Renek denn jetzt nicht mitgepusht, hm? Jetzt ist nämlich die schöne Gelegenheit wieder weg, hier schön zu pushen. Oh Gott, ich bin kaputt. Die Ulti, die war gut platziert. Und jetzt kommt wieder, äh, 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 äh. Nee, doch nicht. Okay. Hm. Warum haben wir jetzt ehrlich gesagt nicht gepusht? Das verstehe ich kein Stückchen. Ich geh jetzt auch auf Guardian Angel. Zum einen, weil ich dann mehr Rüstung krieg und, ja. Die Leona. Was macht sie da? Warum verwendet sie die Zenitklinge nicht auf den Gegner? Sie verwendet ihn auf den... Ja. Das war jetzt wieder schlecht. Wir kriegen Ken nie... Doch, Ken haben wir tatsächlich noch bekommen mit der Passiven von der, ähm... Vom Kogmarf. Aber warum ziehen sie sich da jetzt nicht zurück? Bittchen too greedy hier. Hallo, geh doch da auf den Timo. Die Ash kriegt ja nicht mehr. Ach, komm. Nice one. Nice one. Was sollte das jetzt? Jetzt haben sie nämlich die, äh... Dingens hier, ähm... Die Gelegenheit zu pushen. Und wir haben die Gelegenheit gerade nicht ausgenutzt. Weil, warum? Dingens war nicht da. Auch im Lowlife-Zustand hätten wir das locker bekommen. Jetzt ist der Tower hier nämlich auch weg. Nice. Jetzt steht sie auf der Mittellend... So wie immer. Alle Tower sind weg. Jetzt gehen sie Drake machen. Das ist ganz nice. Von denen jetzt. Lanes gepusht. Sie können nicht weiter pushen, weil sie merken, wir spawnen gleich. Nein, sie machen tatsächlich Bot-Tower. Hätte ich nicht gedacht, dass sie so blöd sind. Da muss ich jetzt flashen. Obwohl, der Bot-Tower war doch nicht ganz so schlecht, die Idee. Need Farm. Für Guardian Angel und so. Nice. Jetzt haben sie nämlich richtig gut pushen können hier. Die haben die Gelegenheit ausgenutzt. Nicht so wie unser Team. Die einfach mal mittendrin weggegangen sind. Der Renekton hätten wir gepusht zusammen. Renekton und ich hätten wir locker den Inhibitor-Tower darin gekriegt. Das war einfach nur sauschlecht. Jetzt machen sie natürlich noch Drake. Einfach freies Geld für die. Die haben jetzt so einen unglaublichen Geldvorteil. Ah, das ist... Ich wette, locker 200, 300 haben die Vorsprung. Wenn die sogar mehr. Ja, schaut mal. Drake haben sie jetzt gemacht. Nein, wir machen keinen Barren. Wir warden höchstens, weil es sind alle fünf wieder da. Ja, genau. Hier macht es einer wenigstens richtig. Vision first. Wards. Don't... Nein, 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 nein. Oh Gott. Really? Okay, solange keiner von denen da ist, können wir es ja probieren. Aber ich habe noch Sonjas und mein E, um zu entkommen. Okay, gut. Das sieht jetzt so aus, als ob wir das wirklich kriegen könnten. Jetzt haben wir die gute Chance, das Ganze zu gewinnen hier. Oh, oh, oh. Eona, was machst du da? So. So. Es ist extrem scheiße, dass hier der Kog Marv auseinandergenommen wird. Gehe ich jetzt auch mal mit Ulti rein, um zu verhindern, dass er hier... Beide hier mit Sonjas am Start... Nice, ich bin kaputt. Ich muss aus dem Fighter raus... Ficken. Passt hier auf die... Das war ein richtig verschwendeter Baron. Das war ein richtig, richtig verschwendeter Baron. Der war einfach so verschwendet gerade. Einzig Gute ist, der Gegner kriegt ihn nicht. Problem ist, der Gegner kriegt jetzt wieder Geld. Oder hat wieder Geld bekommen. Ich hole mir jetzt auch Guardian Angel. Dann habe ich Vollbild. Hol mir jetzt noch Homeguard Schuhe. Weil sie jetzt schon stark pushen können. Zwei AD-lastige Champions, sage ich mal. So, da la la. Wieder Feindliche kennen. Weil wir stark gefokust werden kennen und ich. Also, ich und Ken. Die beiden kennen es. Das war einfach gerade eine richtig schlechte Aktion. Mit dem Baron da. Die haben uns gesehen durch den Pilz von Timo. Und dann hätten wir eigentlich schon zurückgehen müssen. Das war es einfach. Mehr hätten wir nicht machen brauchen, als einfach backgehen. So. Einfach nicht mehr als backgehen. Wir waren auch nicht alle full live. Und, äh. Wer war eigentlich zuerst da? Und Leona, glaube ich, die Dingens hier nicht mehr beschützen konnte. Den kleinen Cockmuff. Welcher sehr, sehr wichtig ist. Weil er einfach die Tanks von denen auseinander rum kann. Ramos. Ja, nice. Jetzt wissen sie, dass wir nur zu dritt sind. Das ist extrem nice. Go back. Nein, nein, nein. Geh zurück, du Affe. Ach, komm. Ramos. Ramos. Ehrlich jetzt. Ramos. Oh. Oh. Jetzt ist ein Timo-Pilz-Puff tot. Das wär's. Bereit. Warum? Warum gehen die jetzt da wieder back? Was machen die da? Die kriegen die doch nie am Tower Down hier. Nice. Wenigstens haben sie mich und Cockmuff jetzt. Oh, oh. Vorsicht, Cockmuff. Hab zwar Ulti, aber trotzdem. Ah, da ist Ramos wieder, gut. Jetzt haben wir hier einen zum Tanken. Schaut mal, jetzt sollten wir fighten eigentlich. Aber hat man wieder keine Kanti-überlegen Situation. So, dass jetzt gleich Arsch ist. Nice. Hier, Ash, 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 Ash. Nice, nice. Oh, die Barrier, die war gut aktiviert. Ach, komm, ich hasse Timo-Pilze, ey. Dankeschön für die 63 Gold, auch wenn ich sie nicht brauche. Sieht immer gut aus, so ein Farm. Nice. Jetzt hier bitteschön nur Tower pushen. Nix anderes. Die Gegner können nix machen gegen einen Überzahl. Wie uns. Push the fucking Tower hier. Einfach pushen jetzt hier. Einfach fucking pushen. Da muss ich jetzt flashen. Ich wollte jetzt nicht gar den Angel verbraten. Deswegen, nice. Good job. Das war jetzt schön. Ja, ich muss jetzt allerdings back. Ich riskiere da jetzt keinen Tod bei. Hol mir jetzt Heimwacht-Verzauberung. Falls sie nochmal gegen pushen, was gut sein kann. Ich denke, Botlane und Toplane sollten von mir jetzt her klarkommen. Nice. Das ist schön. Also das Spiel, das ist ja jetzt relativ, ich sag mal, für mich jetzt nervenaufreibend, weil es einfach so viele Höhen und Tiefen hatte er jetzt. Der Ramos hat so richtig dumme Aktionen bis jetzt gehabt. Okay. Sorry, da musste ich jetzt erst mal kurz fokussen. Vielleicht kriege ich ja den Dings gebaitet hier. Oh, oh, oh. Schaffe ich das, schaffe ich das, schaffe ich das? Uh, zum Glück bin ich schnell. Ich bin ja schnell. Warum pushen jetzt die Minutes von denen schon wieder so extrem? Oh, Alter. Ficken, ey. Nice. Jetzt Top unbedingt verteidigen gehen. Wo ist denn jetzt unser Team schon wieder hin? Warum sind denn jetzt schon wieder, äh, alle tot? Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Nice, jetzt kriegen die nämlich den Top-Inhibitor. Das wird Problem. Ja, was soll denn der Dings? Ah, Ramos ist da. Ramos ist da. Nice. Fokus einfach Dings. Nein, nein, nein. Beschütze ihn. Beschütze ihn. Schrandel. Ja, geil. Er hat Guardian Angel. Ich liebe Guardian Angel. Nice. Ich liebe Guardian Angel. Ich liebe Guardian Angel. Gut. Gut. Nein, nein, nein. Nicht, 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 äh, nicht zu, zu greedy. Ich gehe jetzt Top gleich noch verteidigen. Kann ich mir sonst noch irgendwas kaufen? Updates habe ich soweit alle getroffen. Nee. Sonst kann ich mir nix kaufen. Komm, die haben keine Tanks mehr. Die haben nur noch die beiden Carries. Die können wir auseinander klopfen. Und zwar nicht zu, zu schlecht, ey. Komm, 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 komm. Attack, attack die scheiß Tower. Jetzt holt doch nicht den scheiß Inhibitor Tower da. Was sollte das denn jetzt da? Wie dumm die Aktion jetzt einfach mal wieder war. Warum? Warum? Wir haben da in der Mitte Minions zum Tanken. Warum macht man da den, den weiteren Tower da? Das ist Zeitschindung von denen. ihrer Seite da aus. Es ist einfach dumm gewesen. Es war jetzt richtig dämlich. Warum haben die nicht gepusht? Ja, Leona, dann gehst du halt zu falschen Zeiten rein. Ist einfach mal so. Warum haben wir jetzt nicht den Nexus gepusht? Ehrlich. Das war eine richtig dumme Aktion. Die hatten nur noch die zwei Carries da. Und wir hatten zwei Tanks. Wir hätten einfach so locker auf den Dingens draufklopfen können. Auf den. Das ist einfach unglaublich. Wie schlecht die Aktion jetzt mal wieder war. Das ist natürlich unser Hauptcarry. Der Kogmarf sei jetzt mal wieder ausgeschaltet. Und jetzt wird das wieder schwer hier. So lange zu bestehen, bis er wieder da ist. Der Ramos macht auch haufenweise blöde Aktionen. Alter, ich aber auch hier. Ich habe jetzt... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh fucking Gott. Der Tabs Low, oh Gott. Ich bin einfach mal Insta weg, ey. So, Leona, ich verpiss mich da. Der Ramos, der soll zuschauen wie alleine klarkommen. Wenigstens haben wir jetzt den Top Tower noch mal eingerissen. Ganz nice. Das war einfach wieder eine so dumme Aktion von dem Ramos. Ehrlich, warum gehen dann auch noch die beiden da rein? Jetzt, ähm... Ach, Death. Ramos. Don't. Take. Kills. Only. Tower. Es ist einfach richtig dumm jetzt gewesen, die Aktion. Die sind da jetzt zwar mit den, äh, Supervasalen in Bedrängnis, aber schaut mal. Der Nexus, der Nexus, äh schon. Der Inhibitor von denen ist wieder da. Die kriegen den jetzt zu zweiter verteidigt. Und das Problem ist jetzt, unsere Minutes können deswegen nicht mehr pushen. Der Ding sollte ihn aber bekommen hier. Oh nein, 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 sterb jetzt nicht. Oh. Uh. Warum haben wir jetzt, äh, haben die jetzt verloren? Das verstehe ich nicht. Alter, ist das ein Match. Wir hätten das schon locker beenden können. Ich mein, seht euch mal bitte an, wie, wie stark wir, äh, mit Game einfach waren. Wir haben einfach alles auseinandergerobbt. Aber nein, ähm, ich sag mal so, die Aktion mit dem Renekton war echt entscheidend. Dass, äh, er da nicht weitergedingst hat. Echt Käse. Geh weg. Lass ihn hier tanken. Lass Renekton tanken. Obwohl Kennen ist noch da. Kennen ist natürlich extrem nervig. Aber Timo ist nicht da. Wir sollten engagen. Haben wir einen Blade of the Ruined King am Start? Ja, haben wir. Wir können jetzt locker ein Cockmorph. Wisst ihr eigentlich, wie stark der nun gegen Tanks ist? Ash ist gleich wieder da. Das ist keine gute Idee. Ich sag's nur, aber egal. Timo kann jetzt top schön weiterpushen. Mein Ramos. Nee, ach komm. Schaut mal, da ist ein Timo. Die wissen jetzt also, dass wir Barrel machen. Okay, dann müssen wir uns beeilen. Wenigstens etwas. Jetzt einfach Mitte hier den Timo holen. Jetzt nur noch den scheiß Tower pushen. Auch wenn der Inhibitor Bot landfällt. Ist egal. Nice. Ich hab hier Banshees fail aufgelöst. Das ist ja schon mal was. Wir sollten jetzt wirklich den Inhibitor pushen. Jetzt geht auch bitte keiner irgendwie unnötig zurück oder so. Wegen eben... Wenigstens haben wir noch einen Tank dabei. Ja, äh... Dingens. Bot land Nexus ist nun verloren. Nice. Jetzt alle back. Ja, das war jetzt klar, dass sie engagen. So, 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 so. So, jetzt pushen. Die haben nur noch Ash. Die haben nur noch Ash. Nur noch diese verfickte scheiß Ash. Mehr nicht. Mehr nicht. Mehr nicht. Mehr nicht. Lass die doch. Lass die doch. Was will die denn machen? Alter, so. Jetzt aber hier. Einfach attacken. Einfach drauf hier. Nein, hier. Tower machen. Ich will das jetzt beendet haben hier. Ja, äh... GG. We play. Aber richtig gut. Da ist hier mal ein Beispiel dafür. Wie scheiße ein Game laufen kann, wenn einer so dumme Aktionen macht wie der Ramos. Ich sag jetzt mal, ich hab jetzt nicht am besten gespielt, aber ich hab eine wesentlich passivere Variante vertreten. Und ja, gut. Ich hoffe, euch hat das Match gefallen. War jetzt sehr lang. Und ich würde mich auf jeden Fall über meine positive Bewertung, Kommentar oder was auch immer freuen. Und zum Schluss seht ihr dann noch die Statistiken. Und ja. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.